Wenn der neue Fülle loslässt und das System erkennt, dass der Pilot keine Lageänderung verhubschrauben möchte, hält diese Elektronik den Hubschrauber auf allen drei Achten in der Lage fest. Hier, wie der Hugo schon sagte, ein HC-3 Extreme Helikopat verbaut. Es gibt mehrere dieser Systeme aus unserem Hause. Sie können sich da an der Stadt der Firma Rogal, wo die große Helikopat-Flagge und die Rob-Flagge stehen.